Am 12. September gab Sylvia Wollny überraschend ihre Trennung bekannt. Wie ist seither die Lage mit Harald Elsenbast? Seit zwei Wochen brodelt die Gerüchteküche. Sylvia Wollny selbst sorgte für wilde Spekulationen, als sie am 12. September überraschend ihre Trennung bekannt gab, allerdings verschwieg, von dem sie sich losgesagt hat. Es sei ein ganz neues Gefühl der Freiheit. Wenn man sich von den Menschen trennen tut, die einem wirklich nicht mehr gut gesonnen waren und die immer nur schlecht getan und gemacht haben. Das alles sagte die 58-Jährige, während sie, augenscheinlich, in der Türkei auf einer Mauer saß, im Hintergrund die Häuser einer Stadt. Ilika, ebenfalls unklar. Trennung, aber von wem? Sind Sylvia Wollny und Harald Elsenbast noch zusammen? Bezüglich Harald Elsenbast hingegen scheint schon länger etwas im Argen zu sein. Bereits Ende 2018 hatte Harald Sylvia nämlich per Videoanruf einen Heiratsantrag gemacht. Bis heute ist es aber nicht zu der geplanten Hochzeit gekommen. Zuletzt via Instagram auf die auf Eis liegenden Pläne angesprochen, antwortete Sylvia Wollny auf die Frage, ob sie den 63-Jährigen noch in diesem Leben, heiraten werde, knallhart mit Nein. Sobald ich Zeit habe, sieht aktuell schlecht aus. So die 58-Jährige damals abgezockt. Sylvia und Harald hatten sich 2014 dank Silvana und Sarafina auf einer Online-Dating-Plattform kennen und lieben gelernt. Harald hatte sich ein Herz gefasst. Und Sylvia Wollny angeschrieben. Die Fernsehsendung der Familie kannte er damals nach eigener Aussage nicht. Fand die elffache Mutter schlicht und einfach ansprechend. Vier Jahre später hielt der 63-Jährige dann um Silvias Hand an. Doch es tut sich nichts. Die Wollnys. Aus mit Harald oder PR Stunt vor Start der neuen Folgen. Als Grund, warum es noch nicht zur Hochzeit gekommen ist, nannte Sylvia Wollny mehrfach. Darunter beispielsweise im Sommer 2022 oder im April 2023. Zeitmangel. Wenn ich Zeit habe, aber aktuell bin ich ausgebucht, klingt nicht gerade romantisch. Hat es Harald Elsenbast nun gereicht? Hat er Sylvia und die Familie verlassen? Oder ist alles nur ein PR-Stunt? Wollte Sylvia Wollny sich vorm Start der neuen Folgen noch einmal ins Gespräch bringen? Bis wir eine Antwort darauf bekommen, dürfte es noch eine Weile dauern. Aktuell laufen nämlich erst einmal die neuen Folgen. Der Dreh dazu liegt einige Monate zurück. Dass Harald darin zu sehen ist, heißt also nicht, dass Sylvia Wollny und Harald Elsenbast noch zusammen sind. Eine mögliche Trennung des Paares wäre vermutlich also erst in der nächsten Staffel Thema. In den aktuellen Episoden benimmt sich Sylvia Harald gegenüber wie immer, ruppig, aber herzlich. Zudem postet der 63-Jährige immer wieder RTL ZWEI-Vorschau-Clips zu den neuen Folgen in seiner Insta-Story, was nicht so wirkt, als sei er nicht länger Teil der Familie. Zudem postet der 63-Jährige immer wieder RTL ZWEI-Vorschau-Clips zu den neuen Folgen in seiner Insta-Story, was nicht so wirkt, 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 was nicht so wirkt. Zudem postet der 63-Jährige immer wieder RTL ZWEI-Vorschau-Clips zu den neuen Folgen in seiner Insta-Story.